Am Rande des Tinrea Plateaus mit fantastischer Rundsicht. Unser Fehler war nur, hier zu zelten. Uns blies der Wind fast weg. Außerdem, nachts und morgens saukalt. Windgeschütztes Kochen zwischen den Felsen. Das ist ja vielleicht eine Kälte hier. Und mein Gott, das hältst du den Kopf nicht aus. Mensch, ist das schön warm. Mensch, ist das schön warm.